Das greift mich an. Achso, so ein Viecher. Oh, die Viecher, ne? Jetzt dürftet ihr aber was sehen auf der Map. Eine Wegmarkierung gesetzt. Wir kämpfen... Oh, der folgen gerade ganz viele. Oh. Ich glaube, wir müssen nur einer sein. Man muss am Buggy, manchmal bewegen die sich irgendwie nicht. Es sieht doch gemütlich hier oben aus. Hier so ein Lagerfeuer, so... Hier so eine Couch, weißt du, und dann... Ach ja. Hm? Echt bescheuert, oder? Warte mal, ich nehme direkt trockenes Gras mit. Oh, was ist das da? Für alten Kiffer? Was? Was ist das da unten? Ähm, ne Heuschrecke? Vielleicht ist die ja friedlich. Kannst ja mal Fragen gehen. Ich geh mal Hallo sagen. Ich glaub, die Platte ist voll, ne? Wollen wir jetzt? Kampf-Sound? Äh, hinter dir. So. Ich dachte schon, halt, Viecher will ja was von dir. Ich habe auch gerade gedacht. Äh. Na komm, boah, das sind voll viele. Alter, wo kommen die denn alle her? Aua! Komm, springt die mir mal an. Noch mehr. Ich will denen doch mal da Hallo sagen. Unter den Farbfilmen gucken, ob da vielleicht welche sind. Oh, er hört. So, nicht von den roten. Vorsicht, da kommt noch mehr. Oh. Hunger. Mein Gott, echt. Aua! 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 Ich bin am Essen. Jetzt kommt der Ding auf uns zu. Echt? Jo. Oh! 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 Es sieht nicht friedlich aus. Was denn? Ich weiß es nicht, aber er scheißt auf uns. Aua! Einfach ein Bombardierkäfer. Was? Aua! Es hat mich gebissen. Es ist ein Bombardierkäfer. Oh! Kann man einfach mal da so eine Hake... Ja, der verfolgt dich ja. Ich hau dem einfach mal... Oh, Aua! Ich glaub, das tut weh. Oh! Ja, der hat mich... Oh! Jo, warte. Ich komm gleich. Naja, schüttel erstmal da so ein bisschen... Das ist ja wirklich Bombardierkäfer. Nein! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nein! Nein! Jetzt die Milben töten soll. Äh... Ja. Achso. Aufgeben. Ja. Ob uns jemand helfen kommt, glaub ich will. Ich glaube nicht. Also ich hatte noch 10 Sekunden. Ich glaub nicht, dass da... Jaja, ich komm hin. Uuuh! Oh! Der Sprung dahinten ist mega, ey. Baby, du bist schon wieder da? Ich, äh... Nicht ganz. Ich lauf da in die Richtung. Ach, meine Sachen sind ja jetzt alle weg, ne? Ja. Jetzt liegen die dahinten. Warum liegen die denn jetzt dahinten? Da dürfen wir ja los. Jetzt musst duAC overnight holen. Uuuuuh! Dat is nok Guter! Weil das ist ja Bombardierkäfer... Toll! Ich habe schon direkt wieder... Kampf-Sound. Hähn ich doch mal die... Also, ich bin hier. Hier ist kein Bombardierkäfer. Okay... Ja, habe ich auch schon Angst angejagt, bin ich ganz sicher. Wie kann man denn, ach da, alles nehmen, ja, mit alles nehmen, äh. Hey. Ich will trotzdem mal da drunter gucken, weil das ist ja eine Farbe. Das war ein schönes Kielbar. Ich dachte vielleicht, wäre was unter dem Pott. Ja, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht so drunter. Nein, nein, doch nicht. Doch, du. Schade. Sag mal, diese komischen kleinen roten Viecher, die gehen mir voll offen zwiert. Ja, mir auch, so ziemlich. Wir müssten irgendwie sowas wie Höhlen, glaube ich, finden. Oder so. Wo Maden sind, manche? Ja, ich denke. Also, da hatte ich die bisher gefunden. Also, in so, ich sag mal, dunklen Gebieten. In meiner Biotonne. Hier zwischen diesen Holzplanken. Warte, 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 warte. Nein, also, warte, warte, warte. Nein, also, warte, 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 warte. Aber zwischen, ich bin jetzt, hier ist schwarz. Findet mich keiner. Wohne jetzt hier. Wir müssen da reingekommen. Ach so, da. Komm, meine, ich hoffe, da raus. ob das ist einfach so eine schwarze mauer ich glaube da sollte man gar nicht hinter ja ich glaube auch doch schon riesig die map eigentlich ne ja man verläuft sich trotzdem irgendwie ganz schön schnell hier ist eine pommelschale ich dachte da lief es also spinnen sind mega geh ich mal oder mit denke ich denke mal wenn wir in den bombardier ich weiß nicht ich denke mal in der bombardierkäfer schimpftig guck mal park oder soll das so braun da wo diese kieseldinger verrottete larvenklinge eine verrottete klinge die in einem kiesel feststeckte die schleimige oberfläche und der gestang lassen dass etwas mindesthaltbarkeitsdatum schon etwas überschritten hat auch auf jeden fall auch schon gut geschrieben wenn ich weg ich stehe nicht ich bin es wirklich nicht das ist ja gleich noch mal kurz genug ja ja alles gut ich bin hier gerade nur was am alter hau ab du blödes Vieh ich hab die roten Dinger ah da guck mal da sind noch mehr so rot Dinger oh ne warte oh oh erstmal hier so ne Invasion wieder von den anderen roten Dinger sind die jetzt alle weg ah einer hast noch mehr oh guck mal da ist ein Kopf was ist das auf der Fall im Kopf in der Fall Mordor Technik mit dem Volk das Schamens Resorrected Erfolge auch es ist auch das ist das ich gar nicht gerne als Bildschirm auch so gehört er ja Kuhnümer wieberku Da ist doch direkt was. Ist es eine Spinne oder so? Ja! Ich wollte gerade sagen, wo die Läufe läuft. Beide wohl. Eine Wolfspinne oder so, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich habe es nur gesehen und bin dann wieder raus und weil es mir bewusst wurde, dass es scheinbar eine Spinne ist. Was piept denn da immer zwischendurch hier? Äh, das ist ein anderes Forschungslabor. Ach so, wenn du da in der Nähe bist oder was? Mhm. Hier sind Pilze und so eine Steinplatte. Vielleicht sind die im Magen. Die Sache. Echt? Ja. Alter, du hast ein Auge, ey? Nein. Ach so. Jetzt ist auch mein, äh, 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 leider voll. Hinter dir ist auch eine Höhle. Ja, da. Äh, Spinne! Mein Gott, was ist das denn? Jungspinne. Was ist die? Da rein gelaufen. Ja. Die kommt wieder. Oh, die bringt Geschwister mit. Oh mein Gott. Jetzt sind es zwei. Ich kann nichts mitnehmen. Schade. Oh, jetzt fahren. Klick mal dadurch. Oh, da konnte ich jetzt was mitnehmen. So am Essen? Ja, ich hab grad was gegessen. Hörte sich so an, weil so, hm, 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 food, weißt du. Na, eben da genau die Spinne gerade am Killen warst, ey. Wo bist du? Ich dachte, man könnte das spinnen. Oh, oh. Ähm, kann sein, dass du dich ein bisschen verhindert hast. Oh, oh. Oh, Jungspinne. Ja, ich glaub, alle Spinnen in der Nähe werden natürlich dann aufmerksam sein. Oh, wo kommst du denn denn her? Wo kommen die alle her? Da war wahrscheinlich, weil du da drin festhingst. Ja. Komm schnell weg hier. Hast du denn jetzt Spinnen jetzt wenigstens da durchgekriegt? Ja. Sehr gut. Wo bist du? Ja, das ist der Bunker. Das ist der Bunker. Bunker? Ja, hier, der Laborbunker. Achso. Äh, Klingfest. Achso, das ist aber der andere, ne? Ja, das ist der andere. Oh, na einmal. Ey, kann man analysieren. Und zwar dieses, äh, Stinketal. Wie so Klingel da. Okay, können wir jetzt, äh, schau mal, mal, mal. Wollen erforschen. Wollen wir da forschen? Alter, ich bin voll... Voll Freude. Haben wir jetzt genug Sachen, äh, für diesen, Maden-Schleim? Warte, ich guck mal. Ich hab... Wollen wir... ...wollen wir zu ändern? Magen Schleim habe ich auch nochmal mal zwei Du hattest auch zwei oder? Ja, ich werde schon wieder verrückt, ja Ne, drei, drei hatte ich Dann müsste drei, dann haben wir fünf Jetzt noch eine Made Na gut Einfach mal mitnehmen und schon da Wenn sie da ist, nehmen wir sie noch mit Dann nichts mehr aufnehmen, glaube ich Doch, okay, geht schon Irgendwas kommt da kaputt Ja Ach, nur das Fleisch Also ich, ganz ehrlich, ich muss jetzt auch keine Made essen hier Kannst du das andere Fleisch auch haben? Ja, da ist noch eine Made Oh ja Oben, oben auf dem Blatt auch Oder so Da, äh Irgendwie ist die Map voll groß, ne? Das sieht ganz komisch aus, da oben auf dem Blatt Mal sehen, wie groß die Map ist Ja, über uns auf dem Blatt da, in diesem Was da so über dem, über der Gruppe hängt Hä, jo Ich hab mal gesehen, wie groß die Map eigentlich ist Und auch mal Ach so, oh Ja Das ist komisch, aber naja Ich glaub, die sollten eher hier unten rumfließen, glaube ich, oder? Da ist noch einer, aber ich komm da, glaube ich, nicht dran Öffne ich wo Dann seh ich gar nicht mehr Ich seh die gar nicht mehr Ach, da unten So, ich will dann hier runterspringen Ja Wurσεher Hey, hier, sind Eicheln Das ist gut Oh, ohne Höhle Hier habe ich aber... Hast du das gehört? Ja, nee. Kann ich denn wieder ranzoomen? Ich habe aus der Sünde rausgesucht. Äh... Mh... Warte... Mh... Interagieren, angreifen, werfen, Auslandssprinden... Kameramodus U. Mit U stellst... Machst du halt anders. Das ist aber hier schon groß. Hast du ihn gekriegt? Ja, ja, danke. Verlauch mich hier jedes Mal. Ich laufe hier jedes Mal. Okay, hier sind echt ein paar Grafik-Bugs. Ja? Achso, ja. Ja, ja, die, die... Den hier. Oh, ist das den hier? Nice! Forschungsstation. Oh, guck mal. Geil! Noch heiß! In der Erde. Ich hab aber nichts, äh... Von hier kann man nicht. Lieber Max. Peter. Peter. Ah ne, Peter. Äh, Pete. Oh! Was ist das denn? Aua! Ne Larme! Aua! Ja, geil! Da haben sie getötetet. Inventar voll. Ich hab was, hab ich irgendwas gedrückt. Hab gar gar keine gedrückt. Ich auch nicht. Boah, die hat aber echt, äh, der mit der mitgemacht. Oh nein! Achso. Achso, oh puh. Aua! Willow! Ich brauche etwas Hilfe! Willow, ich brauche Hilfe! Willow, ich brauche Hilfe! Du hast einen Lava-Stacken entdeckt. Hey, lebst du noch oder brauchst du Hilfe? Brauchst du schon? Ja. Du bist vorhanden. Ey, Quatsch, ich. Oh, das ist, äh, kann man überhaupt nicht mitnehmen. Kann ich nicht mitnehmen? Ist das echt groß oder? Kannst du vielleicht sagen, was du bist? Ja, das ist relativ groß schon, ne? Ja, cool. Auf ich nicht Angst hab? Achso, Magen! Ich sag dir Lava, wie du so ne... Sind hier ätzend die Larven nur da? Oh, scheiße! Bin absolut voll! Oh, sorry! Oh, guck mal wie viele hier sind! Guck mal wie viele da verzetzt! Guck mal wie viele da verzetzt! Oh mein Gott! Guck mal wie viele da verzetzt! Bio-Rennen! Ich seh nix! Rennen, hier! Achso! So! RENTRENTRENTRENTREN Also raus auf Bissen Ich gern so Durch die Buggysteine Die werden die verwirren Weil sie mich auch verwirren Die kommen wir auch nicht dietraussen oder? Ich weiß nicht ob die was bringen Hab ich ja auch noch Nee, hab ich nie mehr Der Maden... ich meine nicht schlaf mit dem Schwöhr. Wollte ich jetzt nicht unnötig äh... nicht unnötig ängstigen. Komm wir gehen zurück. Ja, wäre besser, es ist... Ich hab äh 15 Madenschleim haben wir du. Ja geil, da kommen wir echt noch ein paar äh... Hier sind einiges an Ameisen mit ihm. Echt? Oh. Oh. Ah, oh. Oh ja. Oh, und da... ... spackt etwas. Oh, eine Spinne. Ja, dann gehen wir außen rum. Ja, besser ist... Ja, da sind die komischen roten Viecher. Achso, aber ich dachte schon. Äh... Ist das ein Ladybug? Huh? Was ist mit Ladybug? Marienkäfer. Da Marine. Na wenigstens wissen wir jetzt äh... wo wir hin müssen. Ey, ich häng schon wieder fest, weil ich fett bin. Ey, hier sind die Unkrautstellen, die nehm ich mal direkt mit dir. Die braucht man. Die... ... sind... ... nicht zu verzichten. Genau. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü. Ein Vogel. Guten Tag. Da sitzt eine Krähe auf... Oh, du kannst einen Smoothie, können wir mixen. Ach shit, ich hab aber keine Rezepte. Dafür brauchst du Rezepte. Das ist ja doof, ey. Wofür haben wir denn jetzt hier... Warum nimmst du die Fliegen mit? Wofür haben wir denn jetzt hier Maden gejagt und dem... ... dem hier alles ausgesetzt? Kennen wir auch schon jemanden Haus? Ich hab angefangen zu bauen. Ich bin gerade auch Lehm umsuchen die ganze Zeit. Alter. Das ist übrigens im Wasser. Hier ist gar nichts im Wasser. Ich kann noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Warum ist denn hier kein Wasser? Ob der Smoothie gut ist? Ich weiß nicht. Wenn ich nicht gleich tot umfallen wüsste, der Smoothie war nicht gut, ne? Ich bin hier kein Löwen-Zahn. Okay, er hat nicht so viel gebracht. Smoothie bringen dann wohl nicht so viel? Was brauchst du? Aber ich glaub, da kannst du einiges zusammenmixen. Da kannst du viel davon haben. Das sind dann wie Tränke, sag ich mal. Naja. War nicht so gut, die verbannt. Aber ich glaub, die bringen halt... Und... Na, du brauchst wohl. Du brauchst aber wohl irgendwie gemerkt. Ich hing fest. So, bitte. Du, ein kräftiges Unkraut finde ich hier nur... Danke. Kräftiges? Schwaches wäre auch schlecht Ja, ja, Latenstachel Löwenzahn ist besser Kannst du, glaube ich Ja, den kannst du auch Das Schwert konntest du auch Der verrottete Lava klingelt Habe ich doch gemacht Ich meine, ich glaube das Ganze analysieren Habe ich gemacht schon Entschuldigung In der Höhle Das wusste ich doch In der Höhle In der Höhle liegt die Kraft Liege, hau ab Was? Achso, die Fliege Die Fliege greift mich, ja Adgriff der Killerfliege Mhm Also er ist kaputt Der Kieselsperr dann, ne? Achso, er muss repariert werden Oh, nicht Schmeiß ich mich weg Wird das erstmal hier fertig? Ich kann das immer nicht gehen Müsste fertig sein eigentlich Wo das jetzt gerade Wie viele Unkrautstränge kriegt man eigentlich Aus einem Löwenzahn? Achso, mein Inventar ist auch voll Ja dann Ich glaube, kommt immer noch an, oder? Magentra Ja, ich konnte es nicht aufnehmen, weil Inventar voll ist Macht Sinn Eigentlich, ich fang schon wieder an, die Kisten zu sortieren Schlimm Hör auf jetzt Doch, die müssen sortiert werden So Ich bin schon langsam auf dem Sender Gut Ih, Säure Du Rüse Werden sowas Oh, jetzt kannst du Gummi machen Okay Gut Guck mal, wir haben 16 Qua 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 Zieht Geile 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 So Schmannn! Mann, ey! Ach, da brauchst du... Ach, Pflanzenfasern. Du kannst leider keinen Grasboden bauen, ne? Grasboden? Glaub nicht. Bin ich wieder am Kiffen, oder was? Aber wie muss das ja gehen? Auf dem Gerüst, was baut. Außer Leben. Da muss man da ja doch was bauen können, bodentechnisch. Ach ja, ich hab immer noch nichts zu trinken, ne? Ja, ich hab grad einen Tropfen runtergehauen und der ist, glaub ich, in so einen Wasserpool gefallen. Euch gut. Wo will ich Jan? Ja, wir gehen gleich, Ben. Ich bin's gemeint. Ich such dir hier gerade auch, aber das Problem ist... Aua. Geil. Du musst morgen früh raus. Ja, wir machen ja jetzt. Ach, da muss der Bio auch früh ins Bett. Ja. Früh, früh ist gut. Nö, ha. Nö, ha. Ich weiß, ich hab auch gerade so... Aber ganz kurz auf die... Ähm. Uhrzeit geguckt. Oh! Was? Ich hab mal auf die Uhrzeit geguckt. Ach so! Ja, nur so dolle Aua. Ach so. Ich hab mir jetzt auf die Uhr geguckt. Was? Also früh... Drei... Drei Uhr morgens ist, äh... Sehr früh für mich. Ach, ich denke mal, dass irgendwann du kriegst du bestimmt Gras. Normalerweise geh ich halt schon oder erst um 16 Uhr schlafen. Nö, was? Was? Ich glaub, du kriegst jetzt gerade neben dir, glaub ich, bestimmt fett, äh, äh, den, äh, den, äh... einen Vogel gezeigt. Ja, Dürchen. Jaaa, wir gehen jetzt sofort. Nee, damit war das nicht gemeint. Was denn? Ich möchte gerne wissen, ob man Gras würden bauen. Weiß ich nicht. Auf den... Also auf den, ähm... Sag mich doch nicht. Aber wofür? Wo soll ich das denn wissen? Oh, nein. Nein, ich will nicht. Du bist am Spielen? Ja. Jaaa. Du, 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 du... Eine Fette auch noch. Was fällt der auch ein? Einfach fett zu sein. Ich habe Details am Schrauben. Das ist sowieso so gut im Dunkeln. Meine Sachen gehen mit. Und dann... Ja, natürlich. Die Güstung nutzt sich natürlich auch ab. Das ist ja jetzt erst. Hier muss er bio gewesen sein. Hier ist grüner Schleim. Bitte was? Ja, auf dem Boden. Na gut, Freunde. Ich sage es dann schon mal hier. Tschö, bitte. Tschö. Äh.